Hallo Freunde und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Jello Joe ist es glaube ich, soweit ich weiß. Ich zocke hier gerade eine Runde Survival Games. Nein, Spaß. Eine Runde Paintball, ein kleines Minigame. Hat sich gerade irgendwie so spontan, hat sich das so getroffen gerade. Ich zocke auf einer der geilsten Maps in London, heißt die Map. Oh, und ich spiele gegen CreeperLP, ein neuer YouTuber. Er macht sehr, sehr gute Videos, muss ich sagen. Heißt auch Michi. Mit dem habe ich auch schon einiges aufgenommen. Minecraft-Toppel und dem ganzen Kram, den ganzen Schnipp, Schnapp. Und mit dem zocke ich heute, und er zocke gegen mich, auf dem Map London. Wie ich schon gesagt habe, ist so ein kleines Minigame, was ich einfach mal spontan aufnehmen wollte. Und ich würde sagen, dann müssen wir uns jetzt konzentrieren, damit wir ihn hier auch ein bisschen abziehen können. Nee. Michi, der sitzt, ist leider nicht im Skype-Call drin, er ist, ähm, nebenbei, bei mir. Er sitzt hier in der Nähe, ähm, im anderen Raum und zockt. Deswegen kann er denn mitsprechen. Er kann ja mal gerade Hallo sagen. Ja, ich glaube, ihr habt es nicht gehört, aber... Ich verstehe ihn davon da, also wenn er mich voll schmetzt, dann höre ich das. Leider sind nur vier Typen auf dem Map online, dann wäre das hier ein bisschen actionreiche, was weiß ich. Ähm, ich hoffe, die Soundqualität ist ganz so gut, ich habe ein neues Headset, ist eigentlich richtig geiles Logitech G230 Gaming Headset. Aber irgendwie, ich glaube, ich muss da ein bisschen was rumschrauben. Ihr hört mich nicht so richtig. Michi, wo bist denn du? Zella, aus meinem Team hat gerade eure Fahne, das ist gut. Wo bist du? Ich will immer ein bisschen was actionhaftes kommen. Ach, dieser Michi, ähm... Campt gerade. Und da habe ich gerade Michi gekillt, ich habe auch noch die Fahne. So, er rastet natürlich klar gleich aus, er sagt, es war einmal, Alter. Oh, was war jetzt? Ah, unser Team hat, glaube ich, gewonnen, du konntest das mal mehr zurückbringen. Oh Mann, er hat Maschinengewehr. Und ich würde sagen, da kämpfen wir uns mal in, meine Freunde. Nee, ich brauche aber auch ein gutes Gewehr. Sehr schön, Michi, er hat gerade Zella gekillt. Aber ich brauche eine gute Waffe, ich brauche hier eine Waffe, eine gute... Oh, dieser Michi, der zackt hier richtig gut, das ist ein Pro-Pro-Gamer. Oh, da ist er ja. Was? Es lag einfach nur rum bei mir. Dieser Schrott. Oh, bin ich... Oh, jetzt habe ich eine der geilsten Waffen ever. Aber ist hier gerade eine Granate hochgegangen? So, ähm, würde mich natürlich auch gerne über ein Abo freuen, über einen Daumen hoch und, und, und. Würde mich natürlich über das alles gerne freuen. Hoffe auch, dass ihr mal bei CreeperLP vorbeischaut. Falls er, ähm, noch nichts hochgeladen hat, dann wundert euch nicht, das kommt noch was auf jeden Fall. Ja. Jetzt habe ich auch noch ein tolles Maschinengewehr. Ich denke, ich hoffe euch das, ähm, ich hoffe und denke auch, dass es euch die... kurze, spontane Folge gefällt. Falls sie euch gefällt, Daumen hoch. Falls es euch nicht gefällt, Daumen runter. Dann werde ich sowas nie mehr machen. Dann werde ich nur noch, dann werde ich nur noch mit dem Score Projekte starten, die ich auch ankündige. Und nix spontanes. Ja, back halt rum, du. So, Micky, Michi gekillt. So, wenn euch sowas spontanes gefällt, dann lasst einfach einen Daumen hoch, macht eine Kritik. Ihr könnt natürlich auch Kritik, konstruktive Kritik schreiben, würde mich auch freuen. Aber natürlich auch ein positives Kommentar, geiles Spray oder so Zeugs. Freue ich mich gerne. Spam, die Kommentar ist voll. Link, wo ihr das Spiel downloaden könnt. Natürlich in der Infobox und so weiter, wie ihr das immer kennt. Ja. Dann würde ich sagen, beende ich auch gleich schon die Folge. Es war einfach kurz, äh, spontanes Battle. Habe ich ihn wieder gekillt. Es war jetzt gleich ein gerade spontanes Battle, habe ich gedacht, nehme ich auf. Habe ich auch, glaube ich, schon 10.000, 30.000, 40.000, 50.000 Mal gesagt. Und wenn die Soundqualität auch nicht gut ist, dann, habe ich es ja gesagt, hängt es ja beim Headset. Dann schraube ich ein bisschen rum. Bitte verzeiht es mir, falls es nicht gut sein soll. Aber ich hoffe, man versteht mich einigermaßen. Oh, ja. Ähm. Also, 3 Kills, 3 Streaks. Streaks ist aber, glaube ich, kein Tod, oder Michi? Streaks, das sind Tote? Ne. Ah, ne, das habe ich nicht. Ja, das sind keine Tote. Die Tote werden irgendwie angezeigt. Das ist eigentlich ziemlich cool. Wieder ein Kill gemacht. Ja, also gegen Michi mache ich hier schon einige Kills. Was ist, Michi? Ne, 4. Neu hast du. Wow, wow, wow. Okay, der Michi, der hat hier zwar ganz schön viele Kills, aber ich habe ihn gekillt. Das ist ja die Hauptsache. Das ist ja nicht die ganze Zeit am Abfrecken bin. Das ist ja die Hauptsache. Oh, von hinten, so ein Noob. So ein Noob. Angeblicher von vorn. Oh, jetzt habe ich eine geile Waffe. Mit dem muss ich nochmal killen. Ne, ich net. Entschuldigung. Ich habe die, ähm. Eins besser, die beste Waffe in dem Game. Tante ich halt immer, du Noob. So ist das in Ordnung, wenn ich ihn kille. Und damit verabschiede ich mich. Bis dann. Euer Cello Joe, meine Freunde.